Pizza, Pasta, Tiramisu, alles am besten auf einem Teller, damit ich da nicht viel Zeit verliere. Okay Conchita, jetzt hast du Barbara glücklich gemacht. Habt ihr Wetten laufen? Ja, das muss ich jetzt einmal stellen. Das mache ich direkt als erste Frage, damit es auf jeden Fall drin ist, weil ich ja nett bin.